So hallo YouTube es gibt mir wieder was zu zeigen und zwar habe ich heute Post bekommen ein Spydercook Gail Bradley selbst habe ich schon seit einiger Zeit eins und heute habe ich eins zur Ansicht bekommen und zwar geht es darum vor kurzem war in der Blade Community ein Review und der das geschrieben hat ist also der Besitzer von dem Gail Bradley der hat bemängelt dass sein Verschluss nicht besonders gut funktioniert und das konnte ich überhaupt nicht verstehen weil meiner funktioniert hervorragend und dann hat er mir das Messer zugesteckt ich soll mir das doch mal anschauen mit meinen vergleichen so und das will ich hiermit jetzt mal machen ich habe es vorhin als ich es ausgepackt habe erst mal angeschaut ob es irgendwelche Qualitätsunterschiede gibt also wenn ich das ist jetzt seins wenn ich das in der Hand habe merke ich sofort dass es seins ist weil der Klingengang nicht ganz so schön ist wie bei meinen meins geht viel leichter auf und auch wieder zu ich muss dazu sagen also ich kriege das Modell auch mit einer Hand zu aber es ist sehr schwer ich kann mir vorstellen dass es Leute gibt die das nicht hinbekommen ansonsten habe ich mal geschaut was für Unterschiede noch da sind auf der Seite eigentlich gar keine auf der anderen Seite sieht so aus dass bei meinen unten an der Klingenwurzel nur das Wort Taiwan steht und hier bei dem geliehenen Modell steht Daichung Taiwan was noch ein kleiner Unterschied ist ich weiß nicht ob man es jetzt hier sieht das Gale Bradley Logo sitzt bei dem geliehenen Modell direkt am Loch und bei meinen ist es in einigen Millimeter Abstand also es ist also nicht ganz genau gleich es kommt wahrscheinlich aus einer anderen Charge oder ein anderer Jahrgang auch ansonsten ist die Verarbeitung bei beiden Messern also gleich gut ja der Verschluss ist also so wie beschrieben der geht also einfach ein bisschen schwerer also ein bisschen ist gut ein ganzes Stück schwerer und der ist auch ein bisschen weiter da rastet ein bisschen weiter ein an die Klingenwurzel als bei meinen bei meiner steht noch ein bisschen weiter außen es ist also nicht so dass er bei dem Messer sich irgendwie verkandelt oder so oder frisst sondern die Feder hat einfach mehr Vorspannung wenn man die drückt die geht einfach viel schwerer zu drücken und wer hat also mehr Vorspannung oder sie ist das Material ist härter das ist der einzige Grund ja also ich finde es auch nicht gut und bevor Tore da schon mal eins also bei mir ist eben nicht nur der Klingengang viel leichter wenn ich das so auf und zu mache sondern auch der sieht man natürlich auch im Video jetzt nicht man spürt halt ganz deutlich es ist auch gleichmäßig aber ist strammer kann natürlich sein dass die Klingenachse ein bisschen fester zurück angezogen ist es kann aber mit dem Verschluss nichts zu tun haben man hört auch das Geräusch ist bei dem viel lauter als bei meinem ich weiß nicht wie es auf dem Video rüberkommt man hört es aber deutlich ja das soll jetzt hier nochmal zeigen und dann schreibe ich bei der Blade Community schreibe ich ja eh nochmal was rein ich habe noch ein paar Fotos zum Vergleich und ich denke mal das sollte hier gewesen sein ok dann bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal